Willkommen zurück bei Mario Party 3. Ich habe mich dazu entschieden, den Glücksgeist auf mich selber anzuwenden, tatsächlich. Hey ho, Fortnite-Freunde. Ich hoffe jetzt so sehr, dass ich die Lucky Seven... Dass er 62 Münzen verliert. Ne, ne, dass ich jetzt, dass ich jetzt bitte das Lucky Seven Spiel kriege, auf der siebten Stufe lande und 620 Coins habe. Mir fällt gerade auf, dass ich zwei verschiedene Socken anhabe. Oder, komm, bitte, dass... Alles bis auf die Truhen. Fuck you! Haha, ich möchte ganz doll... Das ist doch 50-50 Chance. Ja, 50-50, ich möchte aber gerne eine bessere Chance haben. Ich hätte aber gerne, äh, 50-625. In einer der beiden Kisten befindet sich gleich Toad und einer, der andere Typ und man... Und der andere Typ. Richtig asozial hier. Meinst du Mini Bowser? Ich verleg gerade einen Save-State zu machen und einfach den Park gleich mal zu beginnen. Ne, eigentlich ist das Mini Bowser. Das ist Mario-Law, Junge, das muss man auswendig wissen. Skyrim-Law muss auswendig können. Schreck, Alex. Zedrick, wo gehst du hin? Zedrick, du verkackst. Fuck you! Haha! So gut, so arme, na... Wieso hab ich permanent scheiß Pech? Zujuk! Zedrick, ich hab eine Münze. Aber der Typ neben mir hat vorhin beim Aufwehren im Duell brett immer dreimal hintereinander in Glücksgeilbe stochen und gewonnen, ne? Ja. Hab ich halt wirklich gemacht. Haha, noob. Uhrensohn. Nein, verdient. Haha, noob. Zedrick, außer im Beleidigen bin ich in Videos, sonst kommt gleich der YouTube-Mensch und der schlägt dich so zusammen dafür, dass du ein Schirmwort gesagt hast. Ja. Und dann wirst du wieder... Ja, und dann wirst du wieder... Ja, dann wirst du wieder demonetized. Vielleicht kommt erstmal der fette Strike. Am besten klaust du jetzt mit der Raubtruhe die Raubtruhe von DK. Du Hund, Alter. Was willst du denn von mir? Wenn du mich... Wenn jemand jetzt mich nimmt. Ja! Komm schon! Erster! Das war einfach nur verdient, Alex. Was macht die Raubtruhe nochmal? Du klaust ein Item. Weißt du, man kann nur ein Item pro Runde... Ja. Ja. Immer nur eins. Ja, das ist auch gut so. Leck mich du Spaß, du kriegst keinen Stern. Äh, so? Denk dich der Typ auch. Piss dich, Aldi. Hey! Nimm diesen Stern. Mich fuck das gerade so sehr ab mit dem Glücks-Guy. Ein Stern, der deine Religion trägt. Halt an der Grenze. So wie die Flüchtlinge. Oh lol, der ist da unten... Ja! Super, dann muss ich noch einmal um die ganze Map gehen. Cool. Geil, dann muss ich nur noch einmal um die ganze Map gehen. Ha! Hast du gerade meinen Text kapiert? Nein. Nein. Wie heiße ich denn Dometo? Im Skript steht auch noch was anderes. Lol. Was. Benutzt du heute den Tele-Block und sorgt dafür, dass ich an deiner Position lande. Ha! Will ich jetzt ernsthaft den Giftpil zurückklauen? Nein, bin ich behindert. Was willst du jetzt, Freundchen? Er klaut die Raubtruhe. Ha! Voll lächerlich. Ich wollte eigentlich das Anti-Dinge. Ja, kannst du in der nächsten Runde dann. Amen. Lass mal trotzdem immer noch Philipp ausbauen. Oh nein. Ja, es war gar nicht so schlecht, dass ich gerade alles verloren habe. Denn jetzt muss ich nicht so viel einzahlen. Wuhu! Ne, sag ich schon nichts mehr zu... Bitte 50 Coins kommen. Junge, bitte 20 vielleicht. Oh, okay. Ich habe sowieso nur eine Münze. Amen. 24, lol. Das ist der traurigste Sieg überhaupt. Ich freue mich schon auf den 24. Dezember. Da gibt's über Schläge. Trübische Türen. Okay, das ist ein Reaktionsspiel. Ihr seht gleich Boohoo, Koopa und Goomba in Türen reingehen. Ne, Quatsch. Toads, Koopa und Boohoo. Und danach wird ein Charakterface gezeigt und ihr müsst so schnell wie möglich die richtige Tür auswählen. Einfach nur. A, B und Z. Zum Auswählen, okay. Genau. Wo befindet sich der Charakter, den ihr seht? Wo wird der angezeigt denn? Jetzt! Die vermischen sich jetzt. Tudu! 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 Zum Fick? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Äh, ja. Okay, zweiter Platz. Ach, bin ich behindert irgendwie! Fuck. Ich bin so gut! Ich bin besser als Cedric Elple! Junge! Ich bin besser als Cedric Elple! Ich bin besser als Cedric Elple! Ich verwechsel mich mit den Tasten, Alter! Ja. Wie hast du denn gelegt? Hier ist ja nochmal... Ja, das ist so wie immer, aber... Komm, gib mir! Gib mir! Okay, ich habe einen Gewinn gemacht tatsächlich. Ja. Ich habe Gewinn gemacht von einer Münze auf 18! 10 Münzen kriege ich eh im nächsten Minispiel, das ich dann gewinnen werde. Nice Job! Nice Job! Skatara! Flated! Kannst du nicht aufhören? Skibibibaba! Tretra! Top 10 Anime Battles! Hier! Könnt ihr alle mal die Fresse halten? Danke! WatchMojo! Alle gegen Philipp! Tadada! Mayoshine! In Wellenschlag! Okay, da hast du verloren. Da kann man nicht als Einsichtspieler gewinnen, egal was man macht. Steinskate, gutes Spiel. Worum geht's? Du musst mit A beziehungsweise AZ, das ist eine Stampfattacke, Wellen verursachen und du musst uns dafür runter schubsen. Wir können allerdings auch laufen. Also AZ immer und desto höher du bist, desto höher ist die Welle. Können wir springen? Ja. Steinskate, gutes Visual Novel. Fun Fact, das Ganze sieht so aus, dass wenn wir getroffen werden immer wieder zur Mitte rennen können. Was? Also die Sache ist, wir können immer in den Invincible Frames in die Mitte laufen und in der Zeit hat er noch keine zweite Welle gemacht, das ist egal wie wir uns anstellen, wir gewinnen. Ja, hattest du mal früher gesagt, hör mal. Hä? Ich bin schon raus. Du kannst nicht gewinnen, Philipp, egal was du machst. Das ist lächerlich. Philipp, du verkackst leider. Das ist so traurig, das Spiel. Und ich wär rausgeflogen. Ah! Ich wär rausgeflogen. Nee, ne? Also es ist möglich zu gewinnen, aber das seh ich nicht ein. Das ist so lächerlich, das spielt man einfach verkackt. Wenn man die Leute richtig trifft, dann kann man sie doch praktisch im ersten Frame treffen, wo sie gerade wieder treffbar sind. Dann ja, aber da muss es schon echt gut sein und das ist Philipp nicht. Ja, sorry, ich hab auch was Besseres in meinem Leben zu tun. Zehnmal Münzen. Ganz ehrlich. Es ist lächerlich. Hast du gerade deinen Schwanz und Daumen nach oben gezeigt? Warte. Oh, Zauberlangen kann ich mir nicht leisten. Scheiße. Haha. Da gibt nen Goldpilz. Penis. John, dein Niveau ist ja schon echt hoch, so auf erste Klasse. Ja. Mua, mua, mua. Donkey, komm, klingt wie ein fucking Esel. Donkey, verstehst du? Ich will endlich nen Invisible Block mit nem Stern drin. Warum liegt die Stroh rum? Warte, wo muss ich hin? Warum hast du deine Maske auf? Nach oben rechts. Ne, jetzt nach oben permanent und dann aus dem Außenrum. Könnt ihr bitte kurz leise sein, ich muss euch wirklich Wichtiges mitteilen. Achso, da hast du die Tür. Halt die Fresse, Junge. Konzentration. Jo, mach'n gay. Okay. Ich muss da hoch, ne? Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, eins auf blau. Ja. Es fackt leicht ab, lass es. Ich find's eigentlich witzwitzig. Hä? Noob! Andi Lan ist auf Fragezeichen verzählt. Lächerlich. Ach, schwimmt, ich hab das Bowser fällt als Fall. Ach, ist egal. Noob. Ich würd dir nichts empfehlen, weil... Sind alles irgendwie Garbage-Items. All women are queens. Kannst du mit deinen dreckigen Memes auffällen, die jemand mag. If she breathes, she's a thot. Witzig, Philipp. Und mit witzig mein ich unwitzig. Äh, den Genster werden. Okay. Ja. Hä? Das war schon immer mein Traum. Action-Time. Aber nicht für mich. Was? Nichts. Hä, Noob. Hä, Noob. Hä? Jetzt muss er aber time. Jetzt muss er time, hab ich gehört. Der wird kürzt er nämlich ab. Der wird kürzt er nämlich ab, hab ich gehört. Hä? Hä, was ist das denn bitteschön? Du landest wieder am Anfang. Ne, Quatsch. Direkt vor dem Typen. Was? Was? What? LoL! Zu wenig Geld. Hä? Okay, ich hab mir Zeit gemacht. Gut, aber du brauchst es eher Geld noch. Stimmt. Ist so lächerlich. Jetzt kannst du die Geisterwehr sich ja klauen. Leck mich alle. Ne, klauen den Wappel. Geh nach dem Boden. Ist so lächerlich. Ist so lächerlich. Was soll ich dann umbringen? Ha, das ist ja, das ist ja so unglaublich lustig. Leute, das war alles geplant. Natürlich. Fresh Spicy Memes. Hätte ich jetzt den Umkehrherpes gehabt. Was? Den Umkehrherpes? Okay. Das riecht nach Philips salzigen Tränen. Drei gebannte Accounts, Hersteller. Ja, okay, passt. Dann komm ich schön auf die Bank. Jordan, du hast doch drei gebannte Accounts. Sind nur fünf Accounts, LoL. Ja, ist mir doch egal. Ja. Noobs. Danke, Leute. Noch ein Minispiel. Ich hatte mehr. Holt ich mir noch kurz 50 und mach dann Dinge damit. Jeder gegen jeden in... Wolkengefecht. Ein typisches Law-Spiel. Wir müssen in Flugzeugen andere mit Kanonenkugeln und Kugeldiese abballern. Jeder hat zwei Leben. Man kann entweder fliegen mit Stick, ist ganz klar. Und man... Lass es doch mal. Hör mal auf. Verdammt nochmal. Mit A beschleunigen, mit B bremsen und mit Z-Raketen abfeuern. Kann ich doch irgendwie in die Twin Towers reinfliegen? Nein. Scheiße. Really interesting. Man fliegt ja am Anfang immer da rein. Nein. Man kann doch einfach nach rechts drücken, LoL. Hä? Wo bin ich? Das funktioniert nicht. Du bist unten links, du Kek. Hä? What the fuck? Unten links bin ich. Dieser Moment, wenn Cedric halt einfach nur mit Schummeln gewinnen kann. Man weicht halt einfach aus. Du kannst nicht ausweichen. Es geht doch nicht. Natürlich. Ich habe in alle Richtungen gedrückt. Es geht nicht. Hä? Woher kam der letzte Schuss denn bitteschön? Die kam von mir. Die kam von mir irgendwie. Warte, du bist auch raus, hm? Hm? Du bist auch raus. Ja natürlich, weil Cedric einfach wieder schummelt. Schön. Cheat-Modul gegönnt und jetzt krass fühlen. Wie kann man denn diese Rakete einsetzen? Z gedrückt halten. Äh, Z gedrückt halten. Was tust du noch die ganze Zeit? Fuck! Noob. Philipp, jetzt musst du eigentlich nur noch flüchten, dann gewinnst du nämlich. Hier sehe ich aus, dass ich einfach nur flüchtlinge. Ja, siehst du wirklich. Yes! Lass dich einfach nur mal treffen, dann verkack dir halt beide. Das geht auch. Noob, Cedric. Yes! Was? Wow, keiner kriegt Coins. Ja, ist auch okay für mich. Das ist so lächerlich. Da spielt man einmal gut. Da kriegt man wieder gar nicht. Dann, dann, fuck. Ja, verdient. Verpackt man wieder. Da kriegen alle anderen Kekse. Was ist das denn für ein Scheiß? Philipp, du bist fett genug, also halt's mal auf. Ja, trotzdem. Es geht einfach ums Prinzip, ob ich die esse oder nicht. Der Rage. Ja, es ist halt komplett lächerlich. Man spielt gut, man kriegt nicht. Bitte 6! Nein, also ich find's ganz witzig, wie Philipp die Ess-Metapher benutzt. Wobei er so richtig fett ist. Wollen die Zuschauer das dann wissen? Ich kann den Bildsch... Von den geleakten Nudes. Vielleicht. Aha, kein Hitler. Okay, das hat jetzt eigentlich keiner gesagt. Skratta da. Flöde du! Kannst du bitte eine Scheißplatte. Ach Scheiße, da muss man auch mal einmal time. Noob! Deswegen krieg ich da mal. Lacker. Das schaff ich jetzt aber wahrscheinlich nicht. Fuck it. Noob! Nein! Aber du kriegst drei Münzen. Ja, ist trotzdem scheiße. Hm, kennt ihr das? Wenn man einfach den Stern kriegen könnte, aber man fehlen drei Münzen. Wart mal kurz. Willst du mal auf den Knopf drücken? Nex, die fehlen auch Münzen, ne? Jaja, du würfelst... Ne, du kannst zum Buhu und die Münzen klauen erstmal. Wo sind die anderen? Waren die hier nicht angezeigt? Doch! Seht doch da, Leute. Ach da, warte, da bist du. Ich bin da. Du kannst jetzt einfach würfeln und hoffen zum Buhu zu kommen. Ja. Dann kannst du mich kunst klauen. Ähm, wie kann ich dieses... Achso, er? Das andere... Das heißt, ich muss hier zu dem Feld? Ne, du musst einfach nur beim Buhu vorbeilaufen. Achso. Buhu hat kein eigenes Feld. Mach! Buhu hat keine eigene Person. Ja, okay, reicht nicht aus. Noob. Aber kriegst ne Alte. Noob. Noooob! Aber Game. Ne, man. Und zwar spielst du... Heischaukel. Hänseln klein. Baseballbolzen, das ist auch scheiße. Ja, da kann man leider nur verkacken, Alex. Du musst A drücken, um den Ball zu schlagen. Wie beim Bogenschießen. Im richtigen Moment. Ja. Auf das Alte, was ich will. Wie bei Mathe-Klausuren. Das ist aber so ziemlich luck-based und fast ruhig zu teilen. Wie steht's noch um deine Artikel-Klausuren, Jordan? Ganz gut eigentlich. Was hattest du das auf dem Zeugnis? Ja, eins minus. A drücken. A drücken in dem Moment, wo der Ball da ist. Aber ich hab keine Ahnung, wie das Timing ist. Ja. Drück einfach random A irgendwann. Das passt schon. Oder auch nicht. Wisst ihr, was auch mit A anfängt? Ein von Zettler. Nimmt's auch nicht zu früh. Richtig. Analphabet. Antilope. Alter, Dreckspiel, ey. Siehst du, Alex, so fühl ich mich. Oh, die Tränen. Weil er salty ist. Welche Tränen? Habt ihr auch so ne Tasse zu Hause, wo sie draufsteht? Was? Philipp Mach! Und diese Aggressionsprobleme. Ich hab keine Aggressionsprobleme, du Hurensohn. Willst du nicht mit Arling? Gut, dass wir keine Facecam machen. Okay. Ja, sehr gut. Dann hättet ihr das Bögen von Homer gesehen. Nur ich bei Jordan. Dann müsste ich Philips Gesicht wenigstens nicht sehen. Ahahaha. LOL. Dann hättet dein dreckiges, schwarzes Gesicht nicht sehen müssen. Okay. Finde ich jetzt irgendwie nur so... Man hätte aber... Oh, du Vollidiot! Yes! Gut gemacht! Ehrenaktion, Philipp! Ja, Ehrenaktion! Ich hab umka-Pilz! Macht leider nichts. Ist ein Scheißdreckwert. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. So, das war ne Ehrenaktion von mir. Wenn ihr beim Nix mal verschultet ihr mich mit euren Items. Jebaited, Loser. Fack auf, Sukumliga-Head. Bringt mir nichts. Kein Fragezeichenpunkt. Also irrelevant. Sukumliga-Head. Ja. Ja. Hallo. Je nach unten. Münzblock! Sukumliga-Head. Irgendwann. Irgendwann kommt er noch. Es gibt immer auf dem gesamten Brett drei versteckte Blöcke, die sich aktivieren auf blauen Feldern, wenn man drauflandet. Flammen! Einer hat einen Stern, einer hat 20 Coins und einer ein Item. Ja? Ja. Ich erklär uns, was über Flammen fließt. Du musst mit A springen und... Nee. Doch. Mit B angreifen, mit AZ Stampfattacke, mit A springst du und du musst einfach nur permanent drauf bleiben. Du musst einfach überleben. Genau. Ah, okay. Das ist wie das echte Leben. Einfach nur Survival. Das ist wie Survival Games. Wow. Boom! Fuck! Hä? Die Stampfattacke hat so'n Delay. Wenn du verkackst, kannst du ja eigentlich gleich heulen gehen. Deswegen ist es dämlich die zu nutzen. Ja. Generell auch Schlagen hat nen Delay. Schlagen geht sogar noch. Generell sollte man eher hier auf Überleben... Ich schlag euch gleich. ...spiel. Das scheiß spaßt, Alex! Nein! Hä? Alex, ticke nicht! Es ist ja mal richtig lächerlich! No! Keine Stampfattacke! Oh! Lächerlich! Ihr verkackt beide, oder? Nein. Ja, doch! Yes! Weil man aktiv eingreifen kann. Gott sei Dank! Ja, das ist doch komplett lächerlich! Ich hätte doch Punkte dafür bekommen sollen, dass ich ihn rausgenockt habe. Nein! Nee, gibt es leider nicht. Du hast nicht überlebt, also Pech. Also eigentlich schon, aber... Amen! 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 Also ich hab's schon überlebt, aber... Heil Hitler! Für das... ...der Führer gegeben hat, lass uns bitte zum Führer wählen. Oh, hast du jetzt mit Prinzen... Ach so weiter... Jetzt denken halt wirklich alle, dass Cedric sich mit rechtsradikalen Ideologien identifiziert. Jetzt macht's ausnahmsweise mal so in den Giftpilz einzusetzen, auf dich selber, um zu hoffen, dass du möglichst nicht würfelst und noch ne Runde vorm Stern bleibst. Ja, ja, eben. Wollte ich gerade machen. Aber du... willst du auch auf Risiko auf Scheißfehler zu kommen, weil alle vor dir sind scheiße. Wer ist dein Gegner? Maluigi. Ja, er hat sich selbst was. Das ist witzig. Ja, hab ich ja auch. Das ist einfach nur Relay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay-Lay. Dann nimm was von... Leck mich, Alter. Was kriegst du jetzt? Jetzt... Bei ihm zählst du mit A-Spam. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nie so toll. Hoffentlich kriegt er einfach nur 11. Danke. Ja, 21! Lächerlich! Lächerlich! Dann hätt ich eigentlich theoretisch durchwaschen können. Ja, dann schon. Cedric hat versucht sich zu deceiven. Und du musst jetzt erstmal noch teilen. Ne, musst du gar nicht. Ach stimmt, das Auswortzeichen fällt jetzt nochmal an. Wow, jetzt hat er sogar mehr Münzen als ich fürs gar nichts zu. Ich hoffe, ich krieg einfach alle Raucher-Lunge, wenn ihr alles habt. Daisy, mach jetzt mal. Boah, Philipp, du sitzt da so wie so der größte fetter Zucker auf der Erde. Philipp, wovon soll ich denn bitte eine Raucher-Lunge bekommen? Von Inhalation des... Anus. Was?! Als ob du... So, ich hol mir nochmal den Stern ab, ne? Das ist... Das ist mal mehr als lächerlich, die Würfelzahl. Wahrscheinlich war jetzt irgendwie bei einem Prozent oder so gefühlt. Du Hurensohn. Das heißt Hurensohn, ne doppel R. Ja. Pero. Aaaaaaah! Das Beste ist schon überhaupt. Ja, geil! John, du hast aber trotzdem noch... Sechs Moment in die Mikrofassung. Was für ne asoziale Huren-Scheiß! Geiles Game. Das war für euch sehr unproduftig. Wow, wow, wow. Die Wahrscheinlichkeit dafür... Und kampfen die Spiele danach noch, ne? Ja, ist doch egal, ey! Lecherlich einfach nur. Leckerlich! Was er in Hurensohn? Ich wäre dafür, dass ihr mir mal einen Stern gebt. Ein richtiger Drecksack geworden hier. Ja, als ob! Yes! Bestimmt! Bestimmt! Aber ich muss das nächste Minispiel gewinnen! Komm, Minispiel! Komm, wenn Cedric auf dem vierten Platz ist oder so. Ich habe doch gesagt, geht auf Cedric! Aber nein! Dann sind wir Gucci! Alex! Warum bist du nicht auf Cedric gegangen? Oh, ihr Pussis, Alter! Ich will um 5.000 Münzen spielen! Kann ich wenigstens wieder zahlen. Wom geht's? Battle-Game, bitte jetzt nicht Kettenhund-Rolleck! Battle-Royale, lass bitte Fortnite spielen! Das ist ein Reaktions-Spiel! Ich klatsch euch gleich, Jungs! Also, es deckt sich außen immer eine Blume auf. Und wenn die identisch mit der in der Mitte ist, A drücken und sofort draufklatschen. Wer die schnellste Reaktion hat, gewinnt. Ist es sich umgekehrt? Außen ist... Ne, Quatsch! Innen ist sofort gegeben und außen kommt der. Ja, sag ich doch. Außen drehen sich die. Ne, du hast es anders gesagt. Außen drehen sich die und wenn sie identisch ist. Wenn diese Blume erscheint, sofort A drücken. Ja. Gibt aber auch ähnliche Blumen immer. Nein! Was, ich bin raus? Yes! Ich war als erstes. Hey, warum war ich denn als letztes, bitteschön? Ich war als erstes. Ich hab instant gedrückt. Ja, ist nicht schnell genug gewesen. Instant nullen schmecken außerhin nicht. Ja, sorry Alex. John, spürst du die salzigen Tränen in dir aufkommen? Nee. Spür ich jetzt eigentlich nicht so. Und warte mal, warte mal, warte mal. Zwölf? Es reicht exakt. Ich spür aber dann Genitalkrebs. Und nochmal alle gegen DK. Weil man Jordan hat. In Prococulla. Da kann ich, das ist mal wieder so ein Minispiel, in dem ich nur verkacken kann. Wir müssen mit A und dann Z Stampfattacken machen, aber nicht auf Mitspieler und ihn da mit unten treffen. Ja, und ich kann nur rollen. Easy. Das heißt, er rollt unten herum und wir müssen nach hinten haben. Genau, wir müssen ihn treffen, aber nicht auf Mates Stampfattacken ausführen. Das Spiel würde eigentlich zu Philipp R passen. LOL! GG, you are garbage. Das ist halt mit menschlichen Spielern echt schwer unten, eigentlich. Skrattada, flöte du! Fresse, Philipp. You laugh, you lose. Junge, 30 Sekunden ist viel zu viel. Ich will nicht so einen grossen Stress haben. Alle nach links jetzt. Komm, abschneiden. Los, Philipp, jetzt! Nein! Ja! Ich war am nächsten Weg! Scheiß mir nicht, du. Du kannst dich nicht wegdrehen. Das geht nicht. Easy. Scheiß mir nicht, du. Weißt du? 5000 Sekunden reinpacken. Witzlos. Sorry. Was willst du jetzt, Freundchen? Oh, die letzten 5 Runden brechen an. Das heißt, erst das Decay, zweiter Waluichi dritter ich. Aber dreck gleich dein Tisch, du Cedric. Immer wenn ich dann gewinne, nee, dann... Und Milenium sterben, wer gewinnt? Ja, ich gewinne. Waluichi und deswegen kriegt er 10 Kreuz in den Arsch. Genau. Des weiteren, wenn zwei Leute auf einem Feld lang starten Duell und blaue und rote Felsen ist doppelt so viel wert. Ah, das ist witzig. Nee, das ist nicht witzig. Ein Scheiß-Drick ist das. Halt die Krasse. Hoffentlich kriegt er einen Unperpill. Huuu. 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 Und was willst du denn jetzt schon wieder? Hä, warum Unperpill, Cedric? Weil Cedric salty ist und nicht will. Der will... Mach a. Nein. Mach a. Mach a a. Ist ganz einfach damit, wenn ich den Stern nicht erreiche, du ihn auch nicht erreichst. Unwitzig. Achso, ich hab sogar genug Münzen. Achso. Ja, deswegen. Cry Cedric, cry. Achso. Aber wie kriegt er jetzt mehr Münzen? No, Cedric, no Cry. Ja, sechs Münzen drauf oder abgezogen, doppelte. Lächerlich. No, Cedric, no Cry. So lächerlich. Hä, mach einfach nen... Oh, nein. Ich liebe euch auch, Leute. Duell? Ich hasse euch auch. Ich spiel doch nicht. Doch, jetzt Duell und dann Kampf. Super. Super. Und ihr spielt um... Ich hab nur 16 Münzen, also mehr geht nicht. Ja, mir ist es egal. Bei dem 16. Ich spiel doch alles. Das ist sowieso komplett scheiße, weil egal wieviel ich wegmache... Du verkackst eh. Cedric hat sowieso seine 20 Münzen noch. Ja, ich find das voll geil. Boah, hast du nur 16 Münzen, du Idiot! Wollen wir ja gerade wieder 10 Lächer nicht abgezogen wurden. Es geht nur ins 1 gegen 1 jetzt, ne? Ich hab halt permanent Pech in diesem Spiel. Super, Glücksspiel. Kann ich voll viel ausmachen. Ja, ist ein Glücksspiel. Ihr müsst einfach nur entscheiden links oder rechts. Einfach links, rechts, fertig. Das erinnert mich an das Mi-Spiel mit diesen Meteoriten. Ja. Ja. Start. Du musst auch auf Startknopf drücken und nicht aufhauen. Mein Gott, Jordan ey, jetzt drück doch mal. Shut the fuck up, fucking retard. Wie ist der Kerl, dass ich nochmal vom Zugerfahren, äh, Lies... Vsauce. Nein, dieser... Robert Enkel, ne? Fühlt sich wie Robert Enkel. Vsauce, Michael, hier. Ha! Ha! Ich komm an. Tja, Robert Enkel kann wohl nicht so gut sein. Es ist immer der gleiche Weg, richtig bei der 1 jetzt. Also den anderen jetzt nehmen. Ja, bestimmt. 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 Das hat er auch noch richtig, ne? Abgucken. Immer schön abgucken. Endlich. Fairness im Leben. Und jetzt den anderen Weg. Warte, hat er den linken oder den richten? Ach, warte, das 1... Boah, bin ich behindert! I'm so retarded. Och. Das ist so lächerlich. Ich hab bis gerade eben nicht realisiert, dass man bis zum ersten Platz kommt. Ja, John, feier du dich jetzt nicht, du dummer Hurensohn. Das ist all me, will man in League of Legends sagen. Good all me! Ich hab alles gemacht. Duelle und, ähm, Kampffiniespiel zählen, glaub ich nicht. Fuckin' gay, Alter. So, jetzt kommt aber eh noch ein Kampffiniespiel, da spielen alle um Geld. Ja, aber ich durfte momen 30 Münzen. 50. 50. Ja! 30 Coins. Es hat direkt uns zu verkacken. Dann sind... Leute, wir müssen einfach alle Cedric momben. Ja. 111 Coins. So lange es ja direkt verliert sind wie Gucci. Könnt ihr bei Flammentanz auch Vollwert machen, ne? Nee, da können wir leider nichts machen. Richtig. Als ein Garbage-Mini-Spiel ist kein Skill drauf. Ihr müsst einfach nur den Flammen ausweichen, Punkt. Ja. Springen und... Springen und laufen. Ich will jetzt niemanden beleidigen oder so. Oder kann man, kann man schlagen? Nee, kann man nicht. Da kann man nur, äh, jumpen und ahnen. Jumpen und ahnen, ja. Jumpen und ahnen, okay. Jumpen und ahnen, okay. Das Minispiel ist leider broken und wenn man Pech hat, dann landet man an einer unschönen Position wird instant getroffen. So wie ich beispielsweise jetzt. Oh! Okay, ein Noob schon mal raus. Hä? Yes! Yes! Ein Satz wieder raus. Was ist das für ne dreckige Hitbox? Ganz ehrlich, das denk ich mir auch nicht so. Ohne Witz, diese... Blitz-Rank-Holk-Lalalala. Blickwinkel. Gib mir extra Münze. Es ist komplett retarded. Danke. Lächerlich. Yes! 77 Münzen. Ich hab den Münzstern, Leute. Es ist so lächerlich. Allerdings hab ich dann den nächsten Stern. Regulär. So, Daisy rückwärts. Danke. Cryiii. Ja, mach wieder ein Kampf-Game. Nee. Verpiss dich. Was? Aber es bringt dir nichts, wenn du nicht mit Luigi tauscht. Yes. Das heißt, du brauchst ne sauhohe Zahl jetzt und das find ich lächerlich. Ich hätte sowieso nicht genug Münzen. Gab's ja Dreck. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, weil ich halt nur Pech in diesem Spiel habe. Komm schon, ich will einfach Münzstern haben. Nämlich zufrieden mit meinem Leben. Sorry, dass ihr, dass man für dieses Spiel 0-Skill braucht. Ich hab, ich hasse dich. Scheiß Cooper. Ayuda hatte kein Geld mehr. Du bist ja der Jew, alter. Juicy, ne? Mr. Juicy. Der versteht das. Mein Lieblingsspiel. Gleich erstmal ins KZ gehen. Kurze Erklärung. Es werden Fragen gestellt, die erscheinen langsam. Ja. Und ihr müsst A drücken, um zu buzzern. Dann bekommt ihr A, B und Z Antwortmöglichkeiten. Allerdings, wenn ihr richtig antworten gebt, gibt's einen Punkt. Und bei falscher Antwort seid ihr für die nächste Frage ausgeschlossen. Und da Cedric ein Trivia-Fetisch hat, haben wir leider verloren. Traurige Wahrheit. Welches Mini? Hä? B. Hä? Ihr könnt sofort drücken. Man kann sofort drücken, aber es macht keinen Sinn, wenn die Frage noch nicht kapiert hat. Ja. Ich hab halt gedacht, dass es irgendwas ist, was sich jetzt hierauf bezieht. Oh, witzlos. Hä? Hä? Ja, okay. Scheißdreck. Das ist immer... Hä? Ach, jetzt check ich es. Ja. Hä? Ja, geht ja nur, Daisy. Das ist relativ lächerlich, diese Antwortmöglichkeiten. Du kannst jederzeit drücken, Philipp. Du musst einfach... Ja, ich kenn die Frage ja nicht. Für wie? Für München schaut Buhu ein Stern für 50. Hä? Nein! Was? Ich habe gedrückt... Du kannst nicht drücken, wenn Luigi gedrückt hat. Ja? Ganz ehrlich, das ist einfach nur... Warum hast du keine Antwortmöglichkeit genommen? Es konnte nur C sein, also Z sein. Ich habe noch nicht mal so richtig gedrückt, das war nur auf der vorherigen Grunde. Ganz ehrlich, es ist so lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Das ist leicht... Oh! Wie viele Fragen kommen da? Bis jemand 3 hat. Ja, ich würde jetzt eigentlich gerne durch die Frage lesen können. Äh, Frage lesen können. Ja. Der trägt im Moment... TK Peach oder... Ja, komm, easy. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich, dass immer nur die Antworten kommen können, dass es nur einer sein kann. Junge, Philipp, du musst einfach drücken und dann musst du... Ja, ich kenne die Frage nicht. Scheiße! Wo liegt der Rekord bei den Minispielern, die wir vorhin gespielt haben? Äh... Philipp, du kannst du dir eigentlich erschließen. Hey, ich habe doch A gedrückt! Nein! Nein! Es kommen halt alles... Zu spät. Warten Countdown. Alter, was ist das für eine fotzige... Fickfotzenscheiße. Ach, du Hund, Alter! Ja, da kann ich leider nichts machen. Das Spiel ist ziemlich lächerlich. Es ist extrem lächerlich. Ich hasse das Spiel. Ganz ehrlich... Nee! Da kann ich nur mal nichts machen. Yes! Da kann ich nur mal nichts machen. Ich kannte die Frage, die kommt in der Regel. Wer sammelt am Anfang verhindert, wie ich spiele die Coins ein. Er verlässt den Raum. Lächerliches Drecksspiel. Ich liebe das! Danke! So, dann... Bis zum nächsten Part! Ciao! Leckt mich, Hund! Ein Ding, was Trappapapa!